Gott, hat mich das gerade erschreckt. Das hat mich echt erschreckt. Okay, gut, dass wir diesen Weg nicht genommen haben. Er ist lebensgefährlich und die Falle ist immer noch aktiv. Das weiß ich. Ich will gar nicht nochmal ausprobieren. Und deshalb müssen wir hier durch die Wand rennen. Nein, müssen wir nicht. Aber es gibt tatsächlich einen Schleichweg und zwar... Also es gibt einen absichtlichen Geheimweg. Stellt euch vor. Und ich bin mit Absicht den falschen Weg gelaufen, weil ich gucken wollte, ob es hier noch irgendwas gibt. Und hier gibt es eine Art Fenster. Ich frage mich echt, ob... Nein, ich glaube kaum, dass die Orks-Schamane es mit Absicht so gemacht haben. Die wollen hier ja gar nicht mehr aus. Hey, Schamane! Moment, stopp, stopp! Stopp, 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 stopp! Stopp, ich habe gerade eine Cutscene weggesprungen. Und das ist nicht gut. Deshalb nochmal. Wir stellen uns hier oben hin. Warum denn? Okay, ich speichere kurz davor und probiere es nochmal aus. Warum stirbt die Cutscene einfach? Wenn sie halt einfach stirbt, dann stirbt sie halt. Dann kann ich euch auch schnell... Okay, jetzt ist ja keine Cutscene. Dann kann ich euch auch schnell sagen, was passiert. Oho. Und jetzt, da liegt ein Schwert. Schön, ich mag Schwerter. Ich habe leider immer noch Äxte dabei, weil die viel stärker sind, der Schwerter. Aber ich mag Schwerter trotzdem. Hey, da liegt ein Skelet mit Tränken. So, und jetzt mach ich dich kalt. Zu Ende ist ein langer Weg. Ja, fast. Brennen soll deine sterbliche Hölle. Das wollen wir doch mal schön bleiben lassen. Ich mag den Helden, er hat immer so coole Sprichauflage und dann macht alles kalt. Sobald er mal ausgeredet hat. Okay, das ist cool. Wir haben jetzt schon 40 Lernpunkte und wissen nicht, was wir damit tun sollen. Wir sind Stufe 30. Oh, ein sonderbares Schwert. Das klingt doch toll. Mal sehen, wie viel es... Warte mal. Ich glaube, dass es nur hier ist, oder? Ja, hier. Ein wundervoll gefertigtes Schwert. Uralte Runen wurden in die Klinge eingraubt. Vielleicht kann Xardas diese Runen ziffern. Bevor er das Schwert nicht identifiziert hat, lege ich es besser nicht an. So, welche Waffe hat denn der eigentlich? Dämonenstreich. Dies war das Schwert des untoten Orgpriestes. Okay. Wir haben hier noch ein schönes Skelett. Den können wir jetzt in Tränke nehmen. Ich frage mich, ob es immer noch ein tiefes Ding ist. Ich weiß es nicht. Ich versuche einfach mal durchzuspringen. Aber ich bin mir sicher, dass ich dann sterbe. Ich hoffe, ich habe alles in dem Ding. Ich speichere schon wieder zweimal. Weiß nicht, warum. Ich sage, ich bin paranoid. Das war cool. Ich finde es sehr cool aus. Okay. Diesen Weg lassen wir mal lieber weg. Und begeben uns auf direktem Weg zurück. Und schnappen uns den fünften Org. Schau mal. Und wir schnappen uns jetzt die mit Absicht von Dämonen gespickte Halle. Es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr Erfahrungspunkte. Und es sind zusätzliche Gitter hochgegangen. Die nicht hochgegangen werden, wenn wir nur das andere betätigt hätten. Da wäre nämlich nur der Hauptweg aufgegangen. Und dadurch, dass ich den Hauptweg mit Dämonen gespickt habe, ist halt auch die Tür mit den ganzen tollen Sachen aufgegangen. Und irgendwie leckt es wie Sau, wenn ich hier bin. Und ich weiß nicht herum. Vielleicht sind die Dämonen schuld, weil es so viele sind. Und ich glaube nicht, dass... Oder ich... Ich glaube... Dings. Ich glaube Dings. Ich glaube nicht, dass... Was glaube ich denn überhaupt? Und wie komme ich da eigentlich wieder hoch? Wahrscheinlich nicht auf diesem Weg. Scheiße. Scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich glauben wollte. Sagen wollte. Hä? Hä? Moment. Ich blicke gerade überhaupt nicht mehr, worum es geht. Jetzt bin ich völlig verfernt. Aber wir springen jetzt einfach. Oh mein Gott. Warte mal. Na komm, wir können hier laden und nochmal durchspringen. Oh, das war schön. Da unten ist übrigens das MyColanda. So, was habe ich denn jetzt glauben wollen? Ich weiß es nicht mehr. Ah nee. Was ist denn los? Ah, da ist nochmal die tolle Falle. Ah, die ist tatsächlich nur so weit aktiv. Dann habe ich sie gar nicht kaputt gemacht. Und eigentlich ist sie gar nicht so schwierig zu überqueren. Auch ohne Akrobatik ist das möglich. So. Ich weiß immer noch nicht, was ich glauben wollte. Aber ich weiß, wo ich hin will. Äh, ich weiß nicht. Nein, ich habe echt keine Ahnung. Okay, dann lassen wir das einfach. Jetzt rätze ich schon seit ein paar Minuten darüber rum, was ich sagen wollte. Es ist ja schlimm. Das kann ich dann nicht einfach vergessen. Ja. War aber eh nichts Wichtiges, da bin ich mir sicher. Okay. Wir benutzen. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Das sind nämlich tolle Sachen. Oh, ne treue Fauste. Danke. Ich hätte mich echt drüber gefreut, wenn ich sie nicht schon lange hätte. Wenn ich nicht sowieso immer zu viel Erz hätte und so. Und ich sehe die Tränke hier nicht. Tränke zu kaufen bin ich immer zu faulen. Vor allem, ich gebe nie Erz aus, außer für Rüstung. Aber ich will alles Erz haben, was es gibt. Was eigentlich total sinnlos ist, wenn ich das Erz gar nicht mehr brauche. Aber... Hä, sag mal, wieso sind die zwei so heller strahlt? Und wenn ich drauflaufe, ich auch. Da ist es so komplett dunkel. Okay. Okay. Dann haben wir hier eine tolle Trollfaust. Yeah. Juhu. Das ist ja wirklich klasse. Und wir haben gerade 79 Stärke. Wir können uns jetzt aufmachen und diese Höllenbestien zurück in die Hölle schicken, aus der ich sie geholt habe. Oh, hi. Au. Aber das hat mir getan. Gibst du. Stirb. Templer. Also wenn ich zurück in die Zumpflage gehe, dann muss ich echt aufmachen, weil ich mich auch so sehr in alle Templer umbringe, weil ich denke, dass jemand Feinde. Aber ich gehe wahrscheinlich nicht, ich gehe wahrscheinlich nicht in den Zumpflager. Hey, hallöche meine Freunde. Ach scheiße, jetzt lass mich doch weg. Ja, braver Dämon. Sehr braver Dämon. Und du bist auch ganz nett. Ja, okay, ich mag euch beide. Bringt euch zwar nicht viel, ihr könnt euch nicht mal ein Eis davon kaufen, aber wenigstens seid ihr jetzt tot. Und du bist auffällig. Oh, du bist sogar hinterrückserstochen worden. Das ist doch cool, oder? Passt doch richtig. So hinterlistig, dass es nur Dämonen wollen. Hey, hey, hey. Der kommt ja schon aus zwei Kilometer Entfernung auf mich zu. Freut sich. Begrüßung, Schläge. Aua, aua, aua. Auf dich, nicht auf mich, du Idiot. Hör auf, um mich rumzurennen. Wir spielen jetzt nicht fangen. Äh, ja. Stirb. So, jetzt brauche ich Leben. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Nein, ich bin hier komplett fertig. Auf zum letzten Schamanen. Erstmal hier das Leben holen. Gut, die meisten von euch wissen eh schon, was passiert. Ich weiß gar nicht, wieso ich das noch so spannend mache. Hey, das waren die... Wow, 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 wow. Stärke plus 8. Okay, okay, geil. Das ist richtig geil. Ich brauche zwar nicht so viel Stärke, weil ich jetzt schon die beste Waffe habe, glaube ich. Aber, hey, fuck. Stärke plus 8. Ist das geil, oder ist das geil? Ich kann jetzt sogar noch, hey, ich kann noch Taschendiebstoffen maximum bringen. Schlösser öffnen. Nur Magie nicht. Und dann habe ich eigentlich alles auf Maximum, was ich brauchen kann. Als Nicht-Magier. Ist doch cool. So, auf zum letzten Schamanen. Ich kann euch übrigens schon was vorsagen. Ach ja, das waren jetzt alles Fanatisch-Templare. Wie hießen die anderen? Egal. Werden wir noch rausfinden. Hier ist er. Da. Nein, er ist weg.